Hallo Freunde, heute wollen wir mal über das Verhältnis von Angreifer zu Verteidiger sprechen. Diese Thematik kenne ich seit Jugend aus dem Buch der Rojada-Angriff von Rudjokiewicz. Er hat nämlich gesagt, wenn man sich nicht ganz sicher ist und das Matz nicht bis zum Ende berechnen kann, aber er sagt, man hat eine gewisse Anzahl an mehr Angreifern, als Verteidiger vor Ort sind. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit und bei zwei Angreifer mehr, sagt er, ist schon eine gute Sache. Oft sieht man auch die Varianten nicht, die man dann, wenn man zehn Züge im Voraus plant, die man dann aber noch wirklich hat. Aber ab drei Angreifer mehr, sagt er, würde er jederzeit das Risiko eingehen, einen Angriff zu starten und dafür auch die Brücken hinter sich abreißen und Material opfern, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach so extrem hoch, dass der Angriff durchschlägt. Und dazu schauen wir uns heute mal eine Partie an, da werden wir auf diese Thematik eingehen. Und deswegen würde ich sagen, los geht's. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategien. Schön, dass du dabei bist. Wenn dir meine Videos gefallen, lass einfach irgendeine Reaktion da. Danke dir. So, wir schauen die Partie von Ganguly, indischer Spieler, Aussprache bestimmt nicht richtig, gegen Samuri. Okay, ähm, die Spieler sind jetzt nicht die Supergroßmeister, aber können natürlich spielen, ja. Ihr seht jetzt ein starker FM und ein GM. Und es kam die russische Verteidigung aus, die gilt ja als relativ solide, alles gut. Dieses D4 ist so eine Side-Line, ja. Es gibt natürlich hier alles Mögliche, einen Springer E5, Springer C3-Übergänge, Läufer C4-Gambit, ja und so weiter. D4 ist auch eine Hauptvariante. Schwarz schlägt hier auf E4 und spielt D5 hinterher. Hier ist Springer E5 der Hauptzug. Aber Weiß sagt sich, ich mach mal eine Nebenvariante, damit verlassen wir so ein bisschen die Theoriepfade. Mal gucken, ob der Gegner sich damit auskennt. Schwarz spielt, völlig in Ordnung, entwickelt sich. Weiß macht das auch, greift diesen E4 an. Und auf den ersten Blick sieht dieser Springer C3, ist schon die erste spannende Stellung hier. Warum spielt ihr denn den? Weil man könnte ja jetzt vermuten, keine Variante, dass Schwarz einfach hier diesen schlagen kann und jetzt hier so ein Doppelbauer entsteht. Ist dieser Doppelbauer denn nicht schlecht? Na, so pauschal kann man das nicht sagen. Denn erstens, zum Beispiel dieser C-Bauer nimmt hier noch wichtige Felder für die gegenschen Figuren weg. Zweitens, kann dieser Bauer auch mal vorrücken und damit das Zentrum wieder angreifen. Und wenn diese beiden Bauern getauscht sind, habe ich dann noch einen Bauern, den ich hier im Zentrum irgendwie mit Einfluss geltend machen kann. Und last but not least, habe ich auch noch eine halboffene Linie, sodass ich meinen Turm hier in irgendeiner Form hier mal zum Angreifen, zum Rüberschwenken, wie auch immer. Also ich habe verschiedene Optionen. Dieser Doppelbau alleine ist noch nicht schlecht. Der ist nicht statisch, sondern der ist dynamisch und das ist okay. Schwarz sagt sich aber, weißt du was, ich entwickle eine Figur, fessle diesen Springer. Ja, und jetzt sieh mal zu, wie du klarkommst. Weiß hat diesen Bauern geopfert, indem er den König in Sicherheit bringt. Und das ist auch eine vernünftige Variante, denn wir wissen, den eigenen König in Sicherheit zu bringen ist gut. Wir schauen uns mal die Alternative an. Denn wenn wir jetzt, sage ich mal, diesen Bauern hier denken, das sieht schon erstens passiv aus. Zweitens wollen wir das Läuferpaar auch nicht unbedingt abgeben. Und zu allem Überfluss können wir nicht mal mit der Dame schlagen, weil dann D5, D4 kommt. Diese Fesselung auf C3 natürlich hier. Und auch dieser Trick mit dem Endfesseln klappt hier nicht, weil der Bauer schlägt und das Tempo auf die Dame bekommt. Also, Läufer D2 ist im Grunde überhaupt keine Alternative für Weiß. Deswegen auch Hade. Guter Zug. Ja, und Schwarz hat jetzt die Problematik, jetzt hängt der E4 wieder. Und möchte er diesen Bauern annehmen? Ja, nein, vielleicht. Die Annahme führt quasi unweigerlich immer dazu, dass man mit dem König zumindest noch temporär in der Mitte bleibt. In unserer Partie hat Schwarz hier diesen Bauern genommen. Er hat mit dem Läufer geschlagen. Wir schauen hier auch nochmal eine kleine Variante, was passiert, wenn der Springer hier auf C3 schlüge und dann am Ende der Läufer hier auftaucht. Das sieht ja auch sehr, sehr menschlich natürlich aus. Nun, zunächst mal Turm B1. Den Turm allgemein auf B7, damit der Läufer sich nicht entwickeln kann. Der Turm kann vielleicht nach B5 gehen oder nach B3 den Läufer hier angreifen. Jetzt sehen wir natürlich auch, dass Schwarz diesen Bauern auf E5 vielleicht nicht unbedingt schlagen sollte, weil dann hier auf der E-Linie schon wieder Fesselungsmotive auftauchen. Ja, da geht bestimmt irgendwas verloren. Und, ja klar, jetzt könnte man sagen, ja, dann brauche ich eben. Aber wir sehen hier, dieser C3 ist umgedeckt und hier kann man schon mit der kleinen Taktik arbeiten. D3, rot, wieder matt. Er muss das matt irgendwie abwehren. Ja, und dann schlage ich meine Figur zurück. Und jetzt gucken wir mal, der hier ist gedeckt. Der hier ist ja auch gedeckt, kein Problem. Aber der König ist hier schon so ein bisschen geschwächt. Vielleicht können wir hier mal rüber schwenken. Die schwarzen Felder im Allgemeinen sind natürlich jetzt hier schwach. Und wir haben noch einen schwarzfeldigen Läufer, der Gegner nicht. Naja, der Turm kann natürlich auch noch mitschwenken irgendwann. Also, hier sollte weiß zufrieden sein. Und deswegen, na vielleicht deswegen... Hat schwarz hier mit dem Läufer geschlagen. Jetzt drohen wir auch wieder. Jetzt haben wir nicht nur das Läuferpaar. Wir drohen auch C3, C4 und ähnliche Geschichten wie eben bei dieser Bauernstruktur. Und deswegen sollte, oder nimmt schwarz hier auch diesen Bauern auch noch an. Okay. Wir greifen mit Tempo die Dame an, auf den Springer an. Der wird gedeckt. So, und jetzt sehen wir, jetzt müssten wir ja irgendwie mit diesem Läufer irgendwas Sinnvolles machen. Aber ist gar nicht so einfach. Natürlich ist G5 eine Option. Ja, dann zieht er die Dame hier vielleicht weg. So richtig... Hm. So Friedenstein schien das nicht. Und deswegen hat weiß gesagt, dann spiele ich eben Läufer D2. Der sieht vermeintlich etwas passiver aus. Aber immerhin nicht, drohe meinen Bauern zurück zu gewinnen. Und ich habe ja mit diesem E5 hier immer noch einen schönen Raumvorteil. Ich kann auch immer noch die Turm beeinspielen, den Turm ins Zentrum stellen. Ich habe eine sehr natürliche Figurenentwicklung und eine solide Stellung. Schwarz hat jetzt hier eine Entscheidung getroffen. Und die war zumindest, also die war jetzt objektiv nicht schlecht. Aber natürlich auch praktisch zumindest etwas riskant. Er kommt mit Springer B4 um die Ecke. Und vernachlässigt natürlich so ein bisschen sein König hier. Aber noch geht's. Denn ja, wenn wir diesen D3 abtauschen können, wäre dem Schwarzen ja auch schon mal geholfen. Weiß spielt Läufer E4. Er sagt sich, na, ich will mir den hier nicht tauschen lassen. Wenn du den schon tauschen willst, dann schlag wenigstens mit dem. Dann kommt die Dame hier raus. Dann steht die Dame schön zentral in alle Richtungen. Der Läufer kriegt noch ein Tempo auf den Springer. Der D4 würde dann vielleicht auch noch hängen. Zum Beispiel mit dem Springer. Und dann kann Weiß erst mal wieder gemütlich in die Zukunft gucken. Und ich bin mir sicher, dass Weiß, was auch immer er so geschätzt hatte, also aus praktischer Sicht, sollte Schwarz hier diesen Läufer auch wirklich nehmen. Ich denke mir, damit wir Weiß auch gerechnet haben. Schwarz hat jetzt aber den Bogen ein ganz kleines bisschen überspannt. Er hat nämlich gesagt, weißt du was? Ich schlag den Bauern. Der hängt. Damit decke ich meinen C3, also diesen Bauern auch noch. Ja, hier droht ja nichts. E5, E6 ist keine Drohung, weil der Läufer draufsteht. Und dem Nächsten kann ich im Zweifelsfall immer noch hochieren. Soll Weiß doch erst mal zeigen, was er hat. Und ja, das hat Weiß gemacht. Und hier könnte man kurz reingucken hier. Der Zweis. Weiß am Zug opfert erst mal die Qualität. Das muss natürlich zurückschlagen. Und jetzt schauen wir mal, was ist die Idee von diesem Qualitätsopfer? Wir haben das Läuferpaar. Der König ist noch in der Mitte. Der Springer auf A2 steht auch sehr abseits. Ja, Läuferpaar. Was machen wir mit dem? Wir könnten natürlich hier über G5 kommen. Aber wir haben ja nicht zuletzt von den Großmeistern gelernt. Wir müssen jetzt immer mit Tempo spielen. Und dann ist natürlich so ein Zug wie Läufer G5. Der bietet sich an Tempo auf die Dame. Die Dame hat nicht so viele Felder. F6 natürlich jetzt keine große Option. Ja, die Mitte öffnen, den König öffnen. Das macht keinen Sinn. Also geht nur Dame nach D7. Und jetzt kommt vielleicht die Pointe, die Schwarz zu besehen hat. Denn Weiß spielt den heimlichen Zug E5, E6. Wow. Tempo auf die Dame. Auf die Bauernstruktur, auf den König. Jetzt droht die E-Linie aufzugehen. Okay. Erste Hürde für Schwarz, die meistert er aber. Er schlägt tatsächlich mit den Bauern. Und das ist auch gut so. Wir schauen uns mal kurz an, was passiert, wenn die Dame schlüge. Denn dann kommt der Springer nach D4. Und jetzt greifen wir die Dame an. Die Dame kann aber gar nicht mehr auf der E-Linie bleiben. Wenn sie die E-Linie verlässt, kommt ein Abzugschach mit dem Läufer hier. Irgendwo. Wohin auch immer. Zum Beispiel hier schlagen. Turm weg. Als Beispiel. Okay. Die Dame hat nur noch das Feld E5. Aber dann folgt eben der Zugläufer zu 6 mit dem Abzugschach. Und die Dame ist angegriffen und weg. Und das ist natürlich auch nicht gut für Schwarz. Und deswegen. In unserer Variante hat Schwarz mit dem Bauern geschlagen. Das sieht auch alles gut aus. Der Sinn oder eine der Ideen von diesem Bauernopfer war, auch das Feld E5 für den Springer freizukämpfen. Jetzt ist der Springer hier auch schon sehr, sehr aktiv. Dadurch, dass dieser Bauer geschlagen hat, ist zum Beispiel auch diese Diagonale Aufgang eine Gefährdung, wenn die Dame mal hierhin kommt zum Beispiel. Außerdem hat die Dame hier auf der siebten Reihe keine Möglichkeiten mehr und sie entscheidet sich, nach B5 zu gehen. Okay. Greift den E5 an. Und Weiß sagt sich, ja, dem muss ich denken, da habe ich gar keine andere Wahl. Spielt F4. Und wir haben jetzt mit Weiß ja immer noch eine Qualität weniger. Aber wenn wir mal genau reinschauen, der auf A2, naja, so richtig mitspielen tut er nicht. Und die Figuren sind auch noch nicht so richtig im Spiel. Wenn wir das mal an Punkte zählen, das sind elf Punkte. Und die Dame steht natürlich auch so mittelprächtig begeisternd. Also im Grunde spielt Schwarz mit seinem kompletten Figurenkasten irgendwo hier am Damenflügel, wo überhaupt keine weißen Figuren, nicht mal mehr Bauern stehen. Während die weißen Figuren, man merkt es natürlich, auch jetzt nach F4, der Turm kann noch schwenken, auf einmal alle weißen Figuren gehen Richtung König. Und Schwarz spielt hier G7, G6. Okay, wir gucken uns mal eine Variante an, was hier so alles passieren könnte. Wenn jetzt zum Beispiel der Schwarze die Rochade machen würde, dann kommt die Dame nämlich schon hier rüber und schon sehen wir, ups, jetzt sehen wir, ich habe die Dame, den Läufer, den Läufer, den Springer und im Zweifelsfall den Turm. Ich habe sogar, naja, manchmal sogar noch den Bauern. Also ich habe vier bis fünf Angreifer und wo sind die Verteidiger? Nicht zu sehen. Eine solche Mehrheit an Angreifern ist natürlich nicht abzuwehren, mehr oder weniger. Und auch so Züge wie Turm F5-Besänftigungsopfer funktionieren nicht. Wir nehmen natürlich nicht die Quale hier, sondern spielen G4, ups, oder? Nicht G3, sondern G4 und gewinnen den ganzen Turm, weil der Turm nicht wegziehen kann. Wegen Dame H7-Ideen. Das funktioniert alles vorne und hinten nicht, ja? Und deswegen auch geradezu gefährlich. Also versucht Schwarz erstmal mit G7, G6 noch ja, irgendwas abzuwehren. Aber zum Beispiel, zum Beispiel die Öffnung der F-Linie durch F4, F5 irgendwann. Natürlich hat G6 auch ein paar Schwächen. Die schwarzen Felder hier, ja? Und ich habe ja noch unseren schwarz-fältigen Läufer und der Gegner nicht. Natürlich sehr verpflichtend. Weiß sagt sich, ja, dann spiele ich eben die Dame raus. So, und jetzt gucken wir mal wieder. Ich habe alle vier Angreifer oder vier Angreifer im Spiel. Ja, der Schwarze mit seinem nacken Kühle hier sieht nicht so gut aus. Jetzt drohe ich auch noch Läufer schlecht G6, weil dieser H-Bauer hier gefesselt ist, ne? Der Turm dahinter hängt, zum Beispiel. Und wir sehen, ähm, materiell hat Schwarz mehr, aber aktiv am Spiel teilnehmen tun mehr weiße Figuren. Und das ist eben dann das Entscheidende. Und wenn wir hier drei respektive vier Figuren gegen null Verteidiger haben, äh, selbst wenn man hier noch nicht 100% alle Varianten berechnet, hier muss man ahnen können, das kann nicht gut ausgehen für Schwarz. Er hat jetzt hier die Rochade gemacht. Ähm, okay. Aber weiß am Zug. Hm, und jeder, der so ein bisschen mit Angriffsschach oder, äh, der denkt natürlich, ei, 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 hier, was ist denn hier mit Opfern und so. Und ja, ihr könnt ja gerne mal reinschauen, mit welcher Figur würdet ihr denn jetzt opfern? Wenn ihr mit dem Läufer geschlagen hättet, dann hättet ihr genauso gespielt wie der Spieler. Wir schauen mal in eine Variante, wenn wir mit dem Springer geschlagen hätten und dann mit dem Läufer schlagen, jetzt droht auch hier matt auf h7. Okay. Das könnte die Dame abwehren, indem sie versucht, die siebte Reihe zu decken. Und jetzt sollte man den Zug Läufer e7 zumindest gesehen haben vorher. Das sperrt nämlich die siebte Reihe auf einmal. Es droht wieder Turm h7, äh, Turm f7 ein Besänftigungsopfer. Hier wird geschlagen und jetzt hat weiß zwei Schachs und hoch erstaunlicher, ich meine, ich habe einen Angreifer, zwei Angreifer, potenziell drei Angreifer, vielleicht noch den Bauen dabei, aber sagen wir mal, drei Angreifer ähm, und die weiße Stellung ist gewonnen, aber ich habe hier tatsächlich noch Potenzial fehlzugreifen. Ich habe nämlich die Möglichkeit, auf F6 Schach zu geben oder auf H7 Schach zu geben. Die Farbe ist jetzt mal unabhängig von der Wertung und ihr könnt ja mal selber überlegen, welchen Zug ihr hier machen würdet. Und, äh, das ist natürlich alles noch eine Variante, aber wenn wir jetzt die Variante in der Variante mal schauen, ähm, nach Dame H7, das wäre nämlich ein Fehler. Dann geht der König nach G8 und jetzt hängt der, der Läufer und auf dieses Schach hier kann ich ihn einfach schlagen und dann bin ich raus und dann gewinnt Schwarz. Oieieieiei, das ist aber alles, alles nicht so geplant, gell? Ähm, aber auf F6 können wir das Schach geben, weil auf König E8 hier das Matt folgt, und auf König G8 haben wir da mit G6 Schach, der König muss ins Eck, unser Läufer kommt und dann wird es Matt im nächsten. Also ihr seht, sind ein paar lustige, schöne Varianten dabei. am Ende des Tages gewinnt, gewinnt beides und, ähm, das ist ein sicheres Zeichen davon, wir gehen mal wieder in unsere Stellung, bei so vielen Angreifern gegen so wenig Verteidiger, dass mehr oder weniger alles gewinnt. Aber Läufer G6 wahrscheinlich noch eine Spur einfacher und und besser und genauer. Ich drohe wieder Matt auf H7. Jetzt geht Turm F7 gar nicht, weil der ganz komplett weg ist. Also muss ich den schlagen und der Sprenger schlägt und jetzt droht Dame H8 Schach und dann ist quasi der ganze Turm auf F8 weg und dann sehen wir, ach, der Läufer die Verbindung der Türme trennt. Die Türme sind nicht verbunden, nicht gedeckt. Das ist schon wieder neuere Tempi und so viel Zeit hat Schwarz einfach nicht mehr, um das zu reparieren. Eine mögliche Variante wäre zum Beispiel, dass man sagt, komm, ich spiele auch für D7, um die Türme zu verbinden. Aber dann folgt Dame H8 Schach, Dame H7 Schach und wir sehen, der König hat nicht viele Felder und es wird ihn erwischen. Dame E7 Matt. Das war nur eine von vielen Möglichkeiten an dieser Stelle hier, wo Läufer D7 jetzt, jeder andere Zug verliert auch. Es ist ein Matt und ihr könnt es selber gerne mal ausprobieren. Der Schwarze hat in der Partie auch jetzt völlig zurecht aufgegeben. Also eine überwältigende Mehrzahl an Angreifern hat diesen sehr, sehr einfachen, das sind 19 Züge, diesen sehr, sehr einfachen Sieg eingefahren. Merkt euch das mit der Mehrheit der Angreifer, selbst wenn man nicht alles berechnen kann, die Wahrscheinlichkeit, so ein bisschen Pokern. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.